Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über ADAC geschrieben, welchen er mit 4,8 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. Kann der ADAC seine Versprechen halten oder ist der bekannteste Automobilclub nur bloße Abzocke? In diesem ADAC Erfahrungsbericht möchte ich nicht nur auf meine eigene ADAC Erfahrung eingehen, sondern neben den Vor- und Nachteilen auch auf die verschiedenen ADAC Mitgliedschaften und die ADAC Alternativen, wie z.B. den Mobilitätsschutzbrief von den meisten Autopersicherungen eingehen. Außerdem möchte ich auf die genauen Schritte von der Anmeldung bis hin zum Anruf beim ADAC im Falle einer Panne eingehen. Was ist der ADAC eigentlich? ADAC steht für Allgemeiner Deutscher Automobilclub. Aktuell verzeichnet der ADAC ca. 18,92 Millionen Mitglieder und er ist somit der größte Automobilclub in Europa, und der zweitgrößte in der Welt. Das Unternehmen wurde am 24. Mai 1903 gegründet, zum Zweck der Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrzeugwesens und des Motorsports. Wie kann ich mich beim ADAC anmelden? Die Anmeldung geht innerhalb weniger Minuten und lohnt sich in jedem Falle. Um sich beim ADAC anzumelden, kannst du einfach und bequem das Onlineformular nutzen. Ich habe meine Mitgliedschaft bequem online abgeschlossen und habe eine vorläufige Mitgliedskarte zum Ausdruck bekommen, welche nach ein paar Stunden schon gültig war. Dadurch, dass ich noch keine 18 Jahre alt war, als ich meine ADAC-Mitgliedschaft abgeschlossen habe, kann ich leider wenig zum Bezahlvorgang auf der ADAC-Webseite sagen. Denn wenn man unter 18 Jahre alt ist, kann man kostenlos eine ADAC Young Generation Mitgliedschaft beantragen, da viele mit 15 oder 16 Jahren ihren ersten Führerschein erhalten. Die richtige ADAC-Mitgliedskarte liegt schon nach wenigen Tagen bei einem im Briefkasten und sieht genauso aus wie eine Kreditkarte. Was ist die richtige ADAC-Mitgliedschaft für mich? Der ADAC bietet hier ein Formular, um die richtige Mitgliedschaft für jedermann zu ermitteln. Zudem sei gesagt, dass es neben einer kostenlosen ADAC-Mitgliedschaft für Jugendliche unter 18 Jahren auch eine Ermäßigung beim Preis für Schwerbehinderte gibt. Die günstigste Mitgliedschaft, nach der kostenlosen natürlich, startet bei 49 Euro pro Jahr und das Komplettpaket für die ganze Familie kostet etwa 134 Euro pro Jahr. ADAC-Alternativen Bis jetzt habe ich nur mit ADAC Erfahrungen machen können. Allerdings bieten viele Versicherungen mittlerweile Mobilitätsschutzbriefe für ca. 6 bis 10 Euro im Jahr an. Diese können aber schnell in eine Kostenfalle enden. Der ADAC hat weltweit geschulte Mitarbeiter, die auch im Ausland noch Deutsch oder Englisch sprechen und einem sogar Sonntagmorgen um 2 Uhr Hilfe leisten. Dies ist bei den meisten Schutzbriefen von Versicherungen leider nicht der Fall und man erreicht zu späten Zeiten keine mehr oder die Auslandsmitarbeiter sprechen weder Deutsch noch Englisch. Außerdem denken die Schutzbriefe nur das Fahrzeug ab. Beim ADAC gibt es auch noch zahlreiche Vorteile für den Kunden an sich. Hier tendiere ich ganz klar zur ADAC-Mitgliedschaft, die zwar teurer, aber in den meisten Fällen auch besser ist, weil hier auch der Service für den Menschen dabei ist. Wann hilft einem der ADAC? Viele Menschen nehmen an, der ADAC helfe nur bei Pannen und sei zum Abschleppen zuständig. Das ist allerdings falsch. Hier eine kleine Auflistung, wann dir der ADAC hilft. Fahrzeugrücktransport, Totalschalen im Ausland, Fahrkosten bei Heim- oder Weiterreise, Schlüsselservice, Übernachtungskosten bei Fahrzeugausfall, Ersatzteilversand ins Ausland, Kurzfahrten nach Fahrzeugausfall, bei Fahrzeugdiebstahl, Krankenrücktransport, Krankenbesuch, Verlust bei Reisedokumenten im Ausland, außerplanmäßige Heimreise, Dolmetscherservice im Ausland, Heimholservice für Kinder, Arznei- und Brillenversand ins Ausland, zinslose Notfallkredite im europäischen Ausland und noch viele weitere Vorteile erwarten dich in deiner ADAC-Mitgliedschaft. Wenn man eine Panne hat bzw. das Fahrzeug nicht anspringt, empfehle ich, wenn man etwas Ahnung hat, erst mal selber zu gucken, was man tun kann. Eventuell ist das Problem nach fünf Minuten gelöst. ADAC-Pannenhelfer sind auch nur Menschen und müssen viele verschiedene Gründen betreuen. In der Zeit, wo man wegen einer Kleinigkeit anruft, wartet vielleicht jemand wegen einem ernsthaften, dringenden Problem. Man kann sich über verschiedene Arten beim ADAC melden. Dies hängt von der aktuellen Situation ab. Ich bin nun schon seit fünf Jahren Mitglied im ADAC-Club und blieb, was Pannen angeht, bis weitgehend verschont und hatte erst zwei etwas kleinere Pannen. Beide waren glücklicherweise keine Unfälle, dennoch war ich auf Hilfe der gelben Engel angewiesen. Zudem muss ich sagen, dass eine Panne davon mehr oder weniger eigenverschulden war, wo ich aufgrund von Kraftstoffmangel auf dem Weg zur Berufsschule liegen geblieben bin. Damals war ich 17 Jahre alt und hatte lediglich einen Mobben Führerschein und zum Glück eine kostenlose ADAC Young Generation Mitgliedschaft. Also habe ich morgens um halb sieben beim ADAC angerufen und ihnen meinen Standort, meine Mitgliedsnummer und meine aktuelle Situation geschildert. Nach etwa einer halben Stunde kam auch schon die angeforderte Hilfe. Dem freundlichen Mitarbeiter habe ich zunächst noch einmal meine genaue Situation geschildert. Dieser hatte zwar Kraftstoff dabei, allerdings kein Öl für mein altes Zwei-Tag-Moppet. Also sind wir schnell zur nächsten liegenden Tankstelle gefahren, wo ich neues Öl gekauft habe. Danach haben wir mein Moppet wieder betankt, ich habe das Benzin bezahlt und nachdem ich eine Quittung bekommen habe, konnte ich auch wieder weiterfahren. Also lief alles reibungslos ab und beide Mitarbeiter sowohl am Telefon als auch der Helfer vor Ort waren sehr freundlich, trotz meiner kostenlosen ADAC Young Generation Mitgliedschaft. Meine zweite Panne war mit meinem ersten Auto. Es wollte morgens einfach nicht anspringen, trotz zahlreichen Versuche. Ein leider Anruf beim ADAC genügte und etwa eine halbe Stunde später kam man auch schon die gelben Enge mit einem Überbrückungskabel für die Batterie. Anscheinend habe ich wohl vergessen gehabt etwas auszuschalten, aber ich bekam super Hilfe und bin sehr zufrieden mit dem ADAC. Grundsätzlich lohnt sich eine ADAC Mitgliedschaft in jedem Fall, egal ob man viel oder wenig fährt. Gerade die kostenlose Mitgliedschaft für jugendliche Fahranfänger sollte man in jedem Fall haben. Diese wird auch nicht ohne zu fragen gegen eine kostenpflichtige Mitgliedschaft getauscht, sondern ist völlig kostenlos und unverwindlich. Außerdem gibt es eine ADAC Mitgliedschaft schon ab günstigen 49 Euro pro Jahr. Zum Vergleich. Abschleppen ohne eine ADAC Mitgliedschaft durch ein Abschleppunternehmen kostet je nach Abschleppunternehmen ca. 160 Euro. Natürlich kann man auch sagen, ich bin in x Jahren nicht einmal liegen geblieben. Lieber bezahle ich jährlich den ohnehin schon geringen Mitgliedschaftsbeitrag, als im Fall der Fälle hilflos am Straßenrand zu stehen. Ich hoffe, euch hat mein ADAC-Ertagungsbericht bei eurer Entscheidung weitergehalten. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de.